Eins, zwei, Freddy kommt vorbei. Ja ihr Lieben und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Dead by Daylight Folge. Heute ist der neue Killer rausgekommen. Ihr seht schon, Freddy Krüger. Freddy. Wir haben einmal den lieben Quentin dabei als Kalypse und Nancy. Das ist Nancy. Hol dir die Nancy. Und ich würde sagen, töte deine Freunde. Knallhart. Ich würde sagen, Nancy, die schieb ich mir zum Schluss auch. Es geht los, meine Lieben. Wir haben auch die neue Map am Start ausgewählt. Können wir auch gleich mal gucken. Ah, mal gucken. Drei, vier. Natürlich wird der Freddy fett mori. Er steht schon vor der Tür. Oh mein Gott. Alter, das wird ein Spiel, wenn du die ganze Zeit so rar warst. Ich glaube, ich gehe erst mal in den Schrank. Ich will fett in die Traumwelt. Nancy. Ja, das ganze Lache passt schon mal. Sex. Wie geht's weiter? Du kannst auch die Leute aufwecken oder so. Oder musst sie aufwecken. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie... Oh, wie heißt denn der Killer? Der Arzt? Wie heißt denn der Arzt denn? Äh, der Arzt, weiß der nicht einfach nur... Heißt denn nur der Doktor? Ja, der Doktor. Genau, der Doktor. Der hatte auch so ein... Vielleicht ist es ja so eh nicht. Aber wir werden uns jetzt mal überraschen lassen. Mal gucken. Ich bin gespannt, wie der drauf ist. Also, wir haben... Ich habe nix anderes. Ganz toll. Sehr, 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 sehr. Oh, Nancy. Was ist das denn für Nebel? Den hätte ich mir auch klemmen können. Ich hab da... Oh, bisschen nebeliger. Ich bin man-li. Ach die Scheiße, ich finde das irgendwie cool hier. Voll schick aus, aber... Nancy. Ich mach'n Generator einfach mal. Ach, die Scheiße. Räh dir weg von mir. Habt ihr es schon gefunden? Ne, ne. Ja, was ist das? Das ist aber kein... Kein Spielplatz. Nancy. Ey, ich glaube, ich mag die mit. Hat der überhaupt... Sieht total toll aus hier. Sag mal, ist Freddy na nie? Nancy. Hier singen sie. Ach, hey, warum hab ich so ne Garten herzulang? Nancy. Hörst du auf. Hä? Ey, Scheiße. Nancy. Ja. Hallo, verschwinde. Der Freddy na nie ist, macht's... Nancy. Nancy. Alter, was bist du denn? Ich hab mich voll erschrocken. Wie geht das? Weg. Alter, ich schlafe, ich lass den Kopf hängen. Hä, ernsthaft? Genickbruch. Nein. Was machst du? Hä? Ich bin fett in der Traumwelt. Was bist du denn? Hier, Brett. Nein, Brett. Ernsthaft, ey, der hat einfach keinen Herzschlag. Was soll das denn? Nee. Du hörst es singen. Das macht ein... Na, na, die Kinder singen. Ja, aber das ist irgendwie viel... Ist das nicht das viel leiser? Ich hab das gar nicht richtig kommen. Machst du mich mal fett wach? Ja, weil mich soll ich dich... Ich kann dich... Oh, Scheiße. Oh, Nancy. Einer Freddy am Stüssel hier. Freddy kann ich... Ich hab mir da nicht hinterher... Du bist die Erste. Nee. Du warst mein kleiner Liebling in der Vorschule. In der Vorschule. Geh weg. Oh, Nancy. Wo bist du? Oh, Gott, Gott, Gott. Schnapp dir die Nance. Au. Ja, ich bin wach geworden. Oh, Nancy. Geht das nicht ein bisschen schnell mit der Nance? Nancy. Aber ich bin wieder wach geworden. Wie machst denn du das? Warte mal. Komm mal auf die Straße, bitte. Komm mal auf die Straße. Ja, warte. Warte, ich wickel mal nicht. Äh, ich muss mal gucken, weil das ist ja Traumwelt und... Ja, frag mich nicht. Ich erkenne die Traumwelt irgendwie nicht. Ich kann irgendwas machen. Ich hör dich sehen. Theoretisch durftest du gar nicht sehen. Du bist gar nicht sichtbar. Oh, Nancy. Wie? Hier hängt nur Dende in der Luft. Du bist gar nicht sichtbar. In der Traumwelt sehe ich dich. Bist du hinter alles? Lass mal Dende fallen und mach mal wieder dieses Traumweltgedöns. Damit ich dich wieder sehe. Ist ja cool. Was ist das denn? Jetzt sehe ich dich. Wie cool ist das für mich? Ich schlafe jetzt langsam ein. Guck mal, ich lasse den Kopf hängen. Jetzt, ich sehe dich jetzt. Jetzt bist du wieder weg. Wie geil. Jetzt bin ich in der Traumwelt. Siehst du mich die ganze Zeit? Jetzt sehe ich dich die ganze Zeit, weil ich mit dir in der Traumwelt bin, weil Freddy ist ja in der Traumwelt. Also und so kann ich mich wieder entziehen. Entziehen? Nur jetzt, jetzt muss ich, äh, jetzt, wenn du mich haust, glaube ich, werde ich wieder wach. Hau mich mal. Hau mich mal. Hä? Nee, ich muss mir selber, glaube ich, Schaden zufügen. Super, das glaube ich. Warte mal. Ich, ich. Ich verkack hier mal. Ja. Ich glaube, das ist jetzt schon mein Lieblingskiller, auf jeden Fall. Ich bin wach geworden. Nancy. Nee, lass mich mal los. Nein. Du bleibst bei mir. Hör auf zu wickeln. Voll und cool von dir. Ich dachte, wir waren Freunde. So wie nach Kornschulen, Nancy. Ey, du musst, du musst echt verkacken, um wieder da zu sein. Da ist Freddy. Hör mal auf, mich wieder in die Traumwelt zu holen. Sorry. Dann hör auf zu schlafen, Mann. Und hör auf zu singen. Alter, ich bin in der Traumwelt. Wieder lacht. Geil. Komm, ich häng mal Dender auf. Ja, warte, ich heil mich und dann häng ich ihn ab und dann würde ich mal sehen, wie der Muggi ist. Wie gesagt, Leute, das ist erstmal eine Proberunde mit den Killern. Aber ich liebe ihn jetzt schon. Oh ja. I love Freddy. Los, da hinten ist ein Haken, hier. Da lang. Genau. Eins, zwei, Nancy kommt vorbei. Wow. Oh, warte, von mir hat die Kuh in die Sicht verändert. Jetzt bist du wach geworden wieder. Ne? Jetzt siehst du Freddy nicht. Freddy steht direkt vor dir. Was? Freddy ist genau hier. Kann der mich dann aber auch hauen oder was? Alter, ich kann durch dich hindurchlaufen. Ich kann mich unsichtbar hauen oder wie? Na, Nancy, bin ich dein Traummann? Alter, jetzt sehe ich dich nicht. Jetzt bin ich aber richtig drin in der Traumwelt. Jetzt kann ich nicht mehr durchlaufen. Fängt das mit den Welten nicht. In welcher Welt bin ich jetzt? Ist jetzt die Traumwelt? Und deswegen sieht das so aus hier oder wie? Wenn das die Traumwelt ist, dann kannst du Freddy die ganze Zeit sehen. Warte mal, Russen. Ist ja gemein, da kannst du uns permanent sehen. Ich kann euch permanent sehen. Ist das gemein. Das ist verlässlich. Ich, oh. Der kann doch einfach ankommen und dich in die Traumwelt zehren und oh. Ja, das geht nicht. Siehst du, jetzt bist aber nicht mehr in der Traumwelt. Ja, echt cool. Aber jetzt sehe ich ihn auch nicht. Das ist voll mies. Aber ich sehe ihn ja. Ich stehe gerade neben dir noch. Lass mich mal wirklich unsichtbar hauen. Also wenn ich das sehe. Ich hoffe zu Pendant, ey. Nancy kommt vorbei. Ja, da muss sie kurz. Warte, jetzt bin ich wieder in das Traumwelt. Ja. Ich glaube, ich werde das öfter ein bisschen Freddy zocken. Ja, das mache ich aber sowas von auch. Ich muss dann auch mal Freddy zocken hier. Ich werde das ein anderes Spiel nicht machen. Das wird, wie gesagt, für uns drei erstmal eine Proberunde. Siehst du mich immer noch? Mori, Nancy. Mori, Nancy. Jetzt siehst du mich? Ja. Ihr müsst euch lehnen. Ja, auf zu schlafen, Nancy. Warte, dann muss ich es so machen. Dann mache ich auch. Ja, oder ich verkacke. Dann musst du eigentlich auch aufwachen. Aber ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Bist du wach? Ich bin wach. Ich sehe keinen mehr. Ich höre nur. Ich höre das Schlaggeräusch. Warte, warte, warte. Du? Nee, ich kann dich so nicht schlagen. Achso, das geht nicht. Nee, so kann ich dich nicht schlagen. Aha. Aber ich höre das Schlaggeräusch, dass du da bist, höre ich. Aber jetzt, Nancy. Ey, da wirst du ja richtig terrorisiert, ey. Ey, das ist sowas von mies. Ey, ich liebe ihn jetzt schon, ey. Guck mal, wie der Autente pennt, ey. Ja, und wir gucken jetzt, wie gemurigt wird hier. Wie geht denn das, eigentlich? Du musst, glaube ich, linke, äh, äh, rechte Maustaste. Ja. Gedrückt halten. Oh, Gott, ey. Von hinten. Von hinten. Oh, Alter. Ja, ich bin... Mein Kind. Let's see, gibst du nur los. Let's see. Ich verpiss mich hier. Eins, zwei. Alter. Nein, ich will nicht. Oh, Gott. Ist das geil. So. Alter. Quentin. Ja? Warte, danach kommt meine Klobbit. Ach nee, danach bin ich mein Killer. Quentin? Nee. Nimm Nancy? Nancy ist nicht mehr. Alter, da geht's ja gar nicht! Ah! Oh, hier geht's! Alter, hier geht's weit weiter! Nein, ich will nicht! Ich will nicht sterben in der Traumwelt, nein. Eins, zwei... Es fehlt nur noch Penny, weißt, wir können alle hier unten fliegen. Weil er wieder mit seinen Dingern da spielt. Warte mal, kann ich dich? Ja? Muri? Nee, das dürfte jetzt nicht gehen. Oh, schade. Nee, da muss einmal gegangen werden. Oh, das hätten wir ja machen können. Oh, wir Noobs, ey. Der Little Noob hättest doch was sagen können. Da liegt er, ey. Mach du schnell. Echt, ey. Meine Kinder! Meine Kinder sind beisammen. Ich bin wach, sie werden schlafen. Eins. Es ist richtig. Freddy kommt vorbei. Jetzt mach ich eine Runde, Freddy. Alter, wie sie sich freut. Ich liebe Freddy. Ihr Lieben, ich glaube, die Helia wird wieder Dead by Daylight Fan. Aber du bist Freddy. Aber du bist Freddy. Oh, guck mal vor. Eins, zwei. Oh ja. Die Helia kommt auch mal vorbei. Windlobby. Wunder, wunderschön. Wir müssen der Gerechtigkeit treu bleiben. Wir brauchen eine Nancy und ein Quinten. Oh, ich muss ja irgendwas einstellen. Kann das sein? Ich hab keine Ahnung. Hier. Ach du Gott, ey. Ach Gott. Ach du Gottchen. Was nehme ich denn da? Warte. Hier nehme ich das. Das. Ist ja eigentlich egal, was wir nehmen. Wir machen ja eh erstmal Proberunde. Ist alle das irgendwie. Hier nehmen wir einfach mal das. Ähm. Keine Ahnung. Nehmen wir das. Oh. Ich nehme mein Warum. Oh Gott. Egal. Ich bin bereit. War doch. Mega gehypt, ey. Ich werde nicht sterben. Kann ich noch was mit den Klammern machen? Lalalala. Kann das machen? Nö. Ach, das brauchen wir nicht. Eins, zwei. Nein. Ah. Ja. So sieht er doch auch im Film aus. Achso. Achso. Ne. Ich bin bereit. Ich seh ihr. Ja. Ich aber nicht. Ich seh ihr. Ich komm. Da ich ja so selten Killerspiele. Was sind denn jetzt die neuen Anzuschlagen? Ähm. Das eine war. Vergiss mein nicht. Wie sieht denn das aus? Gute Frage. Ey du Geld. Warte mal. Vergiss. Was? Meine ich. Noch irgendwas? Was ist jetzt über... Ähm. Was gab's? Besessenheit, glaub ich, gab's bei Freddy noch? Besessenheit? Oder war das... Hieß es anders? K.O.? Ne. K.O. war's nicht. Was wir gelesen haben. Tja. Ich glaube überleben, da wären anderen... Ah. Wie gemein. Ah. Einheizen. Ja genau. Das war's. Das war's? Zwei Stück? Kann doch gar nicht sein. Ne. Drei Stück. Was war das noch? Ne. Einheizen war das. Vergess mein nicht. Was war das dritte? Ach hier bin ich schon wieder am Anfang. Was ist das nicht? Die Tasche noch mal drauf? Ne. Ne. Eins. Zwei. Kali kommt vorbei. Kali kommt vorbei. Drei. Vier. Sie steht schon vor der Tür. Ja. Siehst du das aus? Och Kali. Mann, ich hab noch zwei Plätze frei. Was soll ich nehmen? Was schönes. Wir sterben eh. Na gut. Ne? Na gut. Na gut. Okay. Dann ist das nicht. Ach du. Meine Güte. Okay. Dann kann ich nicht so weit anziehen. Ich bin breit. Oh. Nein. Warte mal. Haben wir immer noch die Map? Ja, das wird sich glaube ich nicht ändern. Einfach so. Na ich hoffe. Alter. Euer Ernst? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was soll das? Ich seh doch so oder so schon nicht die Überlebenden. Ich hab doch eh keine Ahnung was so ein Ding bedeutet. Ich weiß nicht mal ob ich den kommen höre. Ich hab das echt nicht mitbekommen. Aber Hauptsache es ist rot, ne? Was rotes kann ja nur gut sein. Reinhauen. Ich hab's nicht. Sorry. Blau. Ich hab zuckende Finger. Die Map ist auch richtig cool. Boah Schule. Ich werde wahrscheinlich nur noch den als Killer spielen. Die anderen sind mir jetzt egal. Was hab ich denn jetzt drinne? Was hab ich denn jetzt drinne? Ui. I. Sag mal siehst du den- siehst du die Überlebenden, äh, in deiner Traumwelt? Ich hab, äh, rote Gestalten rumlaufen sehen. Deswegen bin ich auch so direkt auf euch zu. Oh, wieso hab ich denn jetzt sofort meinen Herz schlagt? Hallo. Hey, na? Siehst du mich? Jetzt seh ich dich gerade. Warum? Oh, dann hab ich irgendwas reingehauen. Irgendwas mit Traumwelt, glaub ich. Ich glaub ich hab zu viel Zeugs reingehauen. Ich hab zu viel... Wieso hab ich denn jetzt überhaupt... Wieso hab ich denn jetzt Herz schlagt? Ich glaub ich hab irgendwas noch reingehauen. Ich weiß nicht mehr was. Huch. Gott, wo bin ich denn hier? Warte, warte, warte. Warte, ich war's gerade. Geh, geh weg. Hau ab. Ach, mannente. Bist du jetzt in meiner Traumwelt? Ja, ich glaub ich träum gerade. Bist du am Pennen, ja? Ja. Ich hab grad die Kinder singen hören. Warte mal, wo ist denn? Weißt du doch, Manuel, weil gerade so gerade sehe ich dich. Ich hab nur... Ich seh nur Dende. Na, das ist dein Einheizen oder deine Besessenheit, die du da rein gemacht hast. Was? Hä? Ey, nee. Alter! Nee! Dende! Ey, was ist das denn hier? Oh Gott, das will ich nicht! Ach du Scheiße! Keine Ahnung, komm her! Keine Ahnung, komm her! Alter! Oh, yeah. Wo da seid ihr? Ey, wie cool! Den Raum hat's hier. Warte, warte, lass halt mal kurz Stehschule. Bilder rein! In den Raum ziehen! Aufheben! In den Raum ziehen! Ja, die Kinder singen! Ey, das ist ja cool hier! Hallo! Ey, na? Siehst du mich? Achso, ich werd' aufgeregt? Hä? Was war'n das? Was war'n das? Hä? Was war'n das? Komm, jetzt sehe ich's nicht mehr! Ach, Scheiße! Entschuldigung! Oh, hi Freddy! Na? Das war ja grade geil! Du lässt aber erst schon den Kopf hängen, ey! Ich fahr' Bannswechsel während des... Wo jetzt ist, hab' ich Herzschlag! Na Freddy, altes Haus! Oh, geschein' Ja, das ist genial! Ich glaub' ich hab' jetzt dich in den Traum geholt! Ja, ja! In meinen alten Traum! Oh, ganz schön düster als Traum! Jetzt hab' ich wieder Herzschlag! Ich check' das noch nicht! Ich mach' dich wach! Wie lange braucht die denn? Das dauert ewig! Ja, irgendwie schon, sorry! Ja, das liegt wahrscheinlich an dem Paar! Ja, dankeschön! Cool! Oh, Gruppenmassage! In Freddy's Traum! Oh, da hinten ist ein Totem! Ja! Hier, wir nehmen den Arsch mit in unseren Traum! Jetzt bräuchte Freddy noch eine Bibel in der Hand, dann sieht er aus, als ob er aus der Bibel liest! Sieht ihr mich? Ja, ihr seht mich, ne? Jaja! Ja! Werdet mal wieder wach! Das ist sowas von, das ist sowas von cool! Verkack mal! Werd mal wieder wach! Ja, ich tu grad, aber kam kein Fähigkeitcheck! Wird man auch nicht wach, kann das eh? Ja, dann hau mal! Wenn du verkackst! Wenn du deinen Fähigkeitcheck verkackst! Ja! Ja! Ne, ihr müsst euch beide wieder wach werden! Ich muss euch beide wieder angucken! Erstmal gucken, wenn einer kommt, einfach durchgehen lassen! Genau! Hör auf! Oder wie hast du mich grad vorhin aufgeregt? Ich hab's einfach nicht auf... ich hab einfach aufgedrückt! Dich hab einfach aufgedrückt?! Nee, du lagst irgendwo! Und dann hab ich halt diesen... Geschnipst! Geil! Und geklatscht! Geklatscht! Also so würd ich... So würd ich aber nicht wach werden! Ey, warum... Wie wetscht du mich denn aus? Ach, sieh da aus! Klatscht in die Hände! Hey, Ko! Aber ich seh euch! Ich seh jetzt gar niemanden mehr! Ich auch nicht! Ich höre nur die Kinder singen! Also die Kinder hörst du singen, wenn er in der Nähe ist! Ja! Wo bist du? Ja, du rennst... Du rennst die ganze Zeit in mich hinein! Oh! Ey, der Raum hier ist cool! Mir gefällt hier! Na 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 na! Ich muss euch noch beide aufhängen, ne? Das ist mal richtig cool! Ja! Ja, musst du! Boah! Ach, du ist das gemein, ey! Was ist gemein? Hier ist ein Generator! Wieso? Ja, das ist doch der geheime Pornokeller von Freddy! Ja, genau! Was? Nancy, rein da mit dir! Warte, guck mal! Nancy, nennst du sie! Was heißt hier, nennst du rein da mit dir? Nancy, rein da jetzt, ne! Ich höre Freddy! Achso, der schlägt hier grad ganz weit rum, ne? Naja, der will dich... Weißt du, bin ich weg! Wie kann ich denn ein... Kannst du machen das... Ah, jetzt seh ich dich wieder! Machst du das, was wir einschlagen? Ja! Ja, beide! Kleck! Scheiße! Jetzt hab ich dich auch... Hä? Ich hab aber die ganze Zeit geschlafen! Nee, aber jetzt seid ihr irgendwie... Ihr habt einen komischen Umriss jetzt, einen hellen... Hellen... Hellen Umriss! Jetzt seid ihr beide drin und ich konnte euch irgendwie... ...ausnuckeln! Okay! Warte mal! Warte mal! Zerstör mal! Mal gucken, wie er das macht! Achso! Ganz normal! Mit dem Fuß einfach gegentreten? Wieso wird weggerannt? Ich weiß nicht! Angst! Aber warum? Oh, hey! Weg! Ich bin ohnehin weggerannt! Du bist an mir gerade vorbeigelaufen! Ich hab sie gerade an der Tür! Aber du siehst ein wenig gruselig aus! Mir doch egal! Jetzt wird hier wieder von mir weggerannt, obwohl ich gar keine Sau sehe, ey! Ich hab da gesagt, damit hab ich Probleme! Aber siehst du frei! Na, weil ich blöd bin, jemanden hinterher zu rennen! Deswegen! So, jetzt lass... Ihr! Ist euer Haken! Toll! Nee, Freddy! Nein! Doch! Nancy ist dein Liebling! Ich schwör! Nancy, komm ran hier! Nee! Komm jetzt! Oh! Ungezogenes Mädels! Du hast dich zu heilen! Nee! Ach nee, ich wollte dich wach machen! Du weh! Das sieht total lustig aus! Scheiße! Hm... Mist! Warte mal! Hör mal auf zu wickeln! Hey! Okay! Hey, Lia! Komm mal mit! Ich bin Quentin! Quentin! Beweg deinen Pop bis mal hierher! Mach mal den Generator, aber versau mal den Fähigkeitscheck! So wachst du glaub ich auch auf! Hör auf zu wickeln da oben! Nee, nee, nee! So, bist du wach? Ja! Guck mal! Alles klar? Ja! Siehste! Ich fliege ich da halt hier so rum oder wie? Ja! Oh, Nancy! Wunderschönen Po hast du da! Ey, nee! Guck nicht hin! Er wickelt hier schon wieder dafür! Wird Nancy aufgehangen! Es ist er wach! Ein, zwei... Oh, Freddy ist jetzt da! Warte mal, kann der nicht voll mies campen, wenn der da einfach unsieb war? Weil man wird ja wach wenn man aufgehangen würde! Tiiiihihi! Aber so kann man sich nicht gegenseitig wach machen! Ah! Doch! Doch! Schon! Aber wie? Nö! Ich kann die... Ich kann das nicht aufhecken hier! Doch! Ich hab doch gelesen, dass irgendwie die Überlebenden die anderen auf... Oh, vielleicht ist das Erquentens besondere Fähigkeit! Vielleicht sein... Ich hab keine Ahnung! Ich kann ihr andere Leute wach machen! Ja, weil irgendwie... Ich krieg das nicht hin! Ich kann ihr nur heilen! Tja, du bist halt Nancy! Verstehst du? Nancy! Ich häng mal voll krass ab! Und Nancy pennt immer noch! So voll hardcore! Warte, warte, warte! Ey, was soll das? Klick, klick! Das sieht ehemlich aus! Klatscht in die Hände! Hey! Oh! Ey, ich kann's auch! Wieso krieg ich das denn jetzt auch hin? Du bist so besser! Ach, ich muss dafür wach sein, um das dann zu... Ach so! Das machst du! Ich glaube, ich muss wach sein, um das zu machen! Ich penne nebenbei! Jetzt kann ich das machen! Jetzt bist du schon wieder! Jetzt kann ich aber nichts mehr machen! Ja, jetzt penne ich! Jetzt penne ich! Jetzt penne ich! Ach, ihr müsst mir doch nochmal Zeit geben! Noch ist er nicht! Noch ist er nicht! Jetzt ist er! Ja, okay! Oh, Mann, ey! Klatscht in die Hände, ey! Ich muss hier zweimal! Jetzt nehmen wir nur den Busch neben mir rumher rumwackeln! So, jetzt sehe ich Freddy wieder! Hä? Ich muss hier zweimal... Oh, Mann! Ist das ne Scheiße! Und die Person neben mir pennt auch schon ein, ey! Ich muss hier einfach mal aufstecken! Mann, ich werde jetzt hier gleich Morin hier! Jetzt hör auf! Ist recht! Hä? 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 Habe ich dich grad... Warst du nicht angesprochen? Das ist der Glöckchen! Ich muss immer weiter! Alter! Ja, weg hier! Oh, ich penne an! Noch nicht ganz! Penne ja, aber glaub ich doch nicht in der Traumwelt bei mir! Weil ich kann... Ich kann ihn dabei nicht heilen! Hä? Wieso? Wenn ich... Wenn ich fast vorm Einschlafen bin! Weißt du nicht, Morin? Ja! Bleib da mal stehen! Nee! Dach, dach, dach! Ich höre noch das offene Feld! Hm! Dabei kann es aber pennen! So! Quenten wir das miterleben! Aber wie lange dauert denn das? Die pennen doch schon alle! Du kannst, glaub ich, mich in den Schlaf holen... Mach ich doch! Ach! Geht es nicht, weil ich... Warte, vielleicht... Keine Ahnung... Geht die Kamera hoch? Aber dann kann man ja gar nicht Morin in der Zeit des Vermietes! Kann ich dich überhaupt weiter sch... Naja, nee, schlagen geht ja nicht! Kann ich dich aber aufheben? Wollen wir aufmitteilen! Geht mich auch? Ja stimmt, das geht! Jetzt seh ich mich hier rumfliegen! Ist ja... Abgefahren! Warte mal, wie schmeiß ich dich runter? Ach ja, alles klar! Aber ich bin immer noch wach! Hä? Aber wieso kann ich dich nicht... Ich drücke ja die ganze Zeit hier... Ja... Ja, ich seh dich halt auch grad nicht! Wir müssen wahrscheinlich hintersehen! Silja, sieht mich, wa? Ja, ich seh dich! Siehst aus, als ob du eine Bibel liest! Dann hast du aber direkt vor Füß! Ey! Äh... Gut, dann schick mich jetzt mal schlafen! Gut, dann schick mich jetzt mal schlafen! So, ich haie auf! Boom! Perfekt, ging ja schnell! Ne, ne, du bist aber noch nicht! Hast du? Aber ich seh dich schon wieder! Jetzt so bist du! Oh ja, ja, jetzt kommt's! Jetzt! Bin ich! Und? Oh man! Hä? Was war das? Keine Ahnung, du stehst auf! Geht hier ab! Ich seh dich grad immer! Hey, das ist immer so mies! Äh, Freddy, wir sind Kumpels, ne? Klar! Ich schenke dir ein Bier! Was? Wer schenkt wen dir ein Bier? Ich schenke dir ein Bier! Ja, ich schwör! Bitte! Nein! Ich bin so jung zum Schlafen! Ja! Was? Du siehst aber recht alt aus! Also ganz schön fertig und kaputt! Ich werde dich von deinem Leiden erlösen! Du kannst jetzt endlich in Ruhe schlafen! Guten Abend! Will ich nicht! Ich hab dich gekriegt! Er guckt rechts und links! Ist das böse, ey! Der freut dich! Voll gekillt, ey! Gut, ich hab da wahrscheinlich auch was... Keine Ahnung, ich weiß es nicht! Warte mal, was hast du denn drin? Weißt du, ich hatte zwei grüne Dinger nicht drin! Äh... Warte mal, das... Das süße... Ja, hier, was ich reingeklatscht habe... Aber... Ja... Ich hatte was anderes drin! Na, das eine grüne ist ja Freddy! Ich weiß aber leider nicht noch was! Ja... Das hatte ich nicht drin! Aber egal! Ich würde sagen... Das war Freddy, oder? Ja... Ja... Für... Diese Folge war's erstmal, Leute! Ähm... Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge! Tschüss! Und lacht nicht ein! Tschüss! 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 Tschüss!